Mein Name ist Jochen Zimmermann. Ich bin der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft PVC Bodenbelag Recycling. Ich komme seit 1998 nach Frankfurt, fast regelmäßig. Und für uns ist es sehr wichtig, die Entwicklung zu verfolgen in der Diskussion um PVC. Wissenschaftliche Vorträge anzuhören, wie das heute auch der Fall war, waren sehr interessante Beiträge. Ich informiere dann unsere Mitglieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Und es ist auch wichtig, dass wir die Arbeit der AGPU unterstützen, weil sie meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach einen sehr wichtigen Beitrag für den Werkstoff PVC leistet. Es kommen Vorträge aus verschiedensten Bereichen. Ja, wissenschaftliche Forschung, Chemie, Werbung, PR, Entwicklung in der Gesetzgebung. Das ist also eine gute Mischung, die uns bei der täglichen Arbeit hilft.